Erlöskens Leute, Reviews sind wir auf Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge MV3, so unzerstellt Mission und ja, ja wir haben, ich, ja, ich hab's, wenn ich wieder mit Daniel zusammenkomme, ja, dann wird geliebt. Äh, ich würd mal, ah doch, es funktioniert doch. Ich wollte grad sagen, es funktioniert nicht, aber anscheinend funktioniert es doch. Äh, kommt ihr dann? Oh, nein, bitte nicht. Yes. Dynamisch. Da, fuck. Hallo. Es, es kann ja nun gut werden, ich mein, ne? Es kann ja mal richtig schön dynamisch, ja, einfach alle wechseln. Alter, im Ernst. Wieso? Achso, okay, ich dachte, du wärst all. Ja, ich hab ihn einfach nicht gesehen, ich war richtig beleid, ey. So richtig beleid. Wow. Ey, war nur von unserem Spawn aus. Mann, Alter. War der Daniel Leben. Ist bei A. Natürlich. Oh nein, ne, 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 ne. Alter, wie der da wegspinkt. Ja. Was? Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Er hat Aims. Ich hab's unseren Exel von dem Friedrichsicht. Daniel, Dome. Guck dir das an. Okay. Aber da, ich mein, das war schon so. Ich hab dir viel mehr gegeben, als diese zwei Schuhe. Ja, 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 komm, sie kommt. Jetzt kommen die Ausreden, ne, Dome. Überhaupt nicht, Dome. Da war's scheiße. Dann hab ich ihm drei Schuss gegeben mit der MP9. Ja, mit der MP hast du keine Schnitte gegen die. Das stimmt auch wieder. Siehste. Daniel wird schlauer, das ist... Alter, willst du mich verarschen? Junge! Also du hast Totenschlipp, so, ich dachte schon. Ich dachte schon, Alter, warum ist er nicht durch Fallschlagen gestorben? Und dann hat er... Blöde Wichse-Totenschille. Ja, okay, jetzt funktioniert das mindestens. Jetzt kann man nicht den anderen zuschauen, also den anderen Teams. Kann man sich auch Tipps geben und so. Ohohohohohoho. Alter, ich hab dir... Ich war ein bisschen rot. Ein bisschen. Ich hab dir Burst, Fresse gegeben. Ach du Scheiße. Tomatee. 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 Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Was soll daran funktionieren? Wunderfuck. Gurke. Junge. Apfel. Es kommt nicht in den Salat rein. nicht nein wirklich nicht warte 3 2 1 Daniel ja sag mal was dann ist es lustiger wenn ich dich rauswerfe wenn du auf einmal weg bist wirklich 3 Junger war dumm nur weil der besser ist als zu suchen Junge ok das war jetzt ein scheiß ähm aber ich meine er hat mich getötet ja weil ich ehrlich auf ja klar ja ich frag ja nur ich bin manchmal ein bisschen partei das wisst ihr ja 24 7 sag ich nur ja 27 ne ne schon bisschen mehr 28 7 wie letztes mal hier ist übrigens einer bei mir ok er spricht genau in die Klee super ich hab sie extra für dich dahin platziert oh man ey ich dachte das steht schon deine Klee ey ich dachte für mich das hast du ey Dom ich bin da mal ganz auf der ist da Junge ich konnte dich nicht mal abschließen weil ich so einen verdammten Rückschuss hatte ne super super gemessert erst mal was nein Lukas guck mal da war ich auch drauf ja ja du warst drauf es waren 3 Profs ja ja Dom ist schwarz ja 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 ich bin kein resist oder so ne 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 ich tu ich haus' du Ausländer ich haus' du Ausländer ich haus' du Polen ey ja natürlich wir sind schlimm leul ich sehe den wer hat die Klee-Mor da hängt ja jetzt geht's um eine Klee-Mor was Junge ein Klee-Mor ich hab' dich gesehen und ich war tot komplett komplett tot das hab ich bei Lukas immer ja zum ersten Mal One Burst zum ersten Mal zum ersten Mal zum ersten Mal Junge diese Runde ich kann auch Sniper mitnehmen ich mach sowieso keinen Kill ich seh' niemanden dann nimm Sniper mit ist da viel lustiger wenn wir welche Sniper spielen er ist da hinten bei den Autos ey ich kann einfach nicht weitergehen ja ich hab' ihn nur leider nur bisschen gehauen vorwesen der damit hätte ich rechnen müssen zwischen den Gebäuden war der wer lebt von euch noch Dömi Dömi Tricks lol ich bin der Einziger ja zum Glück hat keine Klee-Mor doch brauchst du nicht beachten also sie schützen der eine hat mich aus dem Weg räumt der andere hat mich getötet ich hab irgendwo ne warum spielen wir eigentlich alle Attentäter ich spiel' glaub' ich gar nicht Attentäter doch so oh ok hm ich zieh' meine Aussage zurück das ist viel zu leise was was hab ich einfach hast du kein Schnellfeuer dabei doch ich glaub' schon dann hättest du schneller schießen können ich hab' nicht dabei ne hab' ich nicht ja pack' das hab' ich nur in meiner in meiner Public-Klasse dabei du musst das einpassen sonst kannst du sind die Börse richtig lange zwischen die Häusern doch doch stimmt das ist schnell ich hab' Schnellfeuer dabei hm dann ist komisch dann hättest du dann ja das ist glaub' ich Schnellfeuer dieses mit den ganz vielen Kugeln die so ne ja drei Stück ja die ganz vielen Kugeln erstmal tagt ihr ganz schick wir haben die Bombe ja ZÖS ist unten bei beim Kabel hatten es ZÖS ich bin ich glaube der kommt da nicht ich glaube der ist was ich bin mit Sniper das hätte ich sein können ey der hat dich getroffen ja klar aber das ist doch nicht One-Shot Alter wir sind doch hier nicht im Quickscope-Match Alter lol wir müssen ja auf der Map müssen wir auch mal Quickscope-Battle machen nein bestimmt auch lustig definitiv nicht es ist einfach die Runde würde so lange dauern ne ja außer wenn man ein Zeitlimit bei macht ne aber wer macht das schon oder ich zum Beispiel nein die kommt zu mir beide? keine Ahnung rette mich mal bitte hä? ich hab die Vorräte genommen ich hab die Vorräte bekommen ja oh what the fuck hätte ich die noch einpacken sollen was? die Vorräte hä? du bist toll ne? wie der da einfach so hinkommt scheiß drauf Hauptsache Vorräte und meinen Taktikeinstieg ja Boss super ey du Cyzz warte mal bevor du los rennst cool ja ja ich ich dick mit ja die haben Weste was? da hast du da hast du wie war ich ich werde die am besten oh sorry it is ich würde eh nicht geländes machen ja ich kann man nicht blenden du guckst da hinten naja manchmal wer hat Weste? ja der kommt wusste ich doch dass er Weste hat ja ist schon wieder getroffen klar und Spaß wir verlieren das kann doch nicht sein Lukas mach was spiel nochmal bitte ich bin mal richtig gut diese Runde also ich bin sogar positiv heifo das war jetzt unangemessen oh sorry sorry hauen wir sie jetzt weg doch mal jo ok jetzt macht Lukas ein Aim dran der Lukas-Botter so fast so fast ich weiß ey jetzt ist dich hast du noch nicht erwischt ok das ist gut nein man jetzt kommt doch irgendwie immer von hinten immer Alpeter genau darauf wollte ich hinaus was? ey Domo du bist so schlecht und das ist so traurig ach du Scheiße der ist bei A genau da genau da wer pisst dich da? oh oh pass auf bitte oh du Scheiße ganz knapp ganz knapp ganz knapp ganz knapp kurz vor gewonnen das war nicht die Kiste das hab ich schon vor so gehabt die Kiste waren IMS aber das war schon das hab ich schon gemacht das hat ja schon rausgehauen hier hab weiter nichts gehoben wieso mich hunge wieso? wieso? ist egal weil wir haben was für weil Dynamo eigentlich tot? ja also wir haben eigentlich mehr Sünden aber zwei Sünden brauchen wir um zu gewinnen ihr braucht noch vier ha vielleicht kommt der wieder zu einem epischen Final Match nein 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 ey und da sagst du mir ich bin schlecht klar Alter wie inkompetent ich einfach gezielt habe der war unten bei A übrigens der war hinten bei uns am Spawn ok wo war der? der war bei A da hinten da hinten ja da hinten runter ok 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 this like where the fuck is he? ah da da jetzt bin ich was da nö voll diese spannende Runde Digga was? was? nein 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 boah ich dachte schon ey boah Lukas du hast richtig Tomate schade nein nein überhaupt nicht Na gut, wie ist denn Tomate? Naja, du warst nicht Tomate, aber du warst schon leicht Tomate. Ja, leicht. So Möhre, weißt du, so Möhre. So eine Möhre, was glaubst du? So eine Tomate, die leicht angeweben wurde, weißt du? Das ist kein Tomaten und Möhre zu Hause, aber privat. So ein privater Möhre-Treiber, ja. Du wirst mich doch verarschen. Ja. Der war so rot, ne? Der ist hinten. Wollen wir uns mal spawnen wieder mal. Ohne Spaß, ne? Ich könnte kotzen. So ein Spacko. Hä? Was? Ich hab irgendwelche Füsse gehört, gespürt, aber irgendwie... Nix gesehen. Ne. Gar nicht. Und... Irgendwas in die Füsse bekommen. Äh, loll. Wo ist er? Jetzt da unten. Da, wo du vorgeklebt wurdest. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Da runter war, ja. Das ist halt ACR, glaube ich. Sag an. Schon seit... Arunden? ... Elf unten. Ja. Endlich. Ach du Scheiße. Die Däume stirbt man am Anfang nicht direkt weg. Ja was soll ich denn machen? Zuz kommt immer auf dieselbe Seite lang. Ja dann geh doch nicht dahin! Aber der kommt ja zu uns! Ja dann geh woanders hin! Ja wo soll ich denn sonst hin? Oh Apfel! Okay das reicht. Ich geh erst da anholen. Hm. Das will ich sehen. Du kannst die Bombe lassen. Ne. Egal. Ja. Ich bin Olli. Er hat da hinten gecampt auf dem Plateau. Wie immer? Bist du wie immer? Das ist das erste Mal. Das stimmt. Ja also gecampt wie immer. Aber Plateau nicht wie immer. Ja. Camps. Ich weiß irgendwie. Ich weiß auch gar nicht warum ich überhaupt noch laufe. Ja. Wo war... Du sitzt ja hinten irgendwo hinter so einer Mauer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das stimmt Dorma du solltest nicht so viel laufen am Anfang. Chill dich mal erstmal. Bleib erstmal sitzen ne Runde. Scheiße. Scheiße. Ich hab kalte Hände. Lalalalalala. Lalalalalala. Lass das. Lass die Bombe. Dankeschön. Fuck. Super. Boah. Bist du tot oder manchmal bist du nicht? Ne ne aber Daniel ist tot. Das ist gut. Wessen Flash war das? Ehrlich ich hab ne Clay gehört. Der ist bei A. Da. Sagt äh äh. Und da ist ne Clay. Pass auf. Scheiße. Ich hab einfach nur Schritte gehört aber ich weiß nicht wo. Das ist so scheiße. Ich hab glaub ich Totenstille. Ich hab auch Totenstille. Ich hab keine Totenstille. Das ist scheiße. Ich hab keine Totenstille. Ich. Egal. Oh die letzte Stunde. Ah jetzt. Jetzt ist es spannend. Hab ich es überhört? Ja mach ich Lukas. Gut. Und mein Bagger war ne Flash. Bei A war einer. Der hat meine. Clay zerstört. Was? Junge what the fuck. Junge wie du viel so geschluckt hast ne. Pass auf. Warte. Da. Da. Der ist unter unten. Er ist da beim Bagger. 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 Nein. Boah war das ne spannende Runde. Ohne Witz. Ja man. Richtig am Zittert. Boah wir haben richtig aufgeholt dank Lukas. Haha. Ja ich hör mal auf Raschloch zu spielen. Am Anfang Lukas so 2 zu 8. Oh Junge war das ne geile Runde aber auch. Das war spannend und geil. Oh Junge. Weißt du. Ich schreib doch immer so chill Baba ne. Weil so letzte Runde ne. Entspann dich. Push nicht so weit nach vorne ne. Und währenddessen meine Finger so richtig am Zittern. Ich kann so kaum chill schreiben ey. Und wenn dann halt auch noch so kalt ist ey. Oh Junge. Ja alles gut. Okay dann tschüss ne. Wir verabschieden uns. Tschüss.